Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil des Architekturvideos zum Olympiapark, Münchner Olympiapark. Das ist das Ergebnis, das kennt ihr bereits und jetzt geht es darum, um die farbige Ausarbeitung. Also wir haben im ersten Teil des Videos die reine Kugelschreiber-Skizze erstellt und gehen jetzt sofort mit einem weißen Buntstift und skizzieren die hellen Bereiche. Also an der Stelle, wo es auch hell ist, also die Architektur ist so aufgebaut, dass das Material auch sehr hell oder weiß ist. Ich weiß leider nicht hundertprozentig, was das für ein Material ist, aber es ist zumindest weiß, ihr kennt das wahrscheinlich. Und deshalb gehen wir mit dem weißen Stift ganz locker, um die deutlich hellen Bereiche zu skizzieren. Dann kommt überall so ein bisschen an den Kanten nochmal so der Feinschliff. Dass man da nochmal sieht, weil oft an den Kanten, wenn ihr so eine Tischkante habt oder ein Kabel seht und an einem Kabel, das ist immer am Rand diese schöne weiße Stelle. Und punktuell nochmal da und da ein paar Aufblitzer. Und dann kann man so als Gesamtbild nochmal schauen, okay, wo geht es jetzt noch, wo können wir mal tiefer einsetzen. Natürlich hier beim Schatten, die Figuren werfen einen Schatten auf den Boden. Natürlich in der Richtung auch, wie es auch wirklich in der Realität auch der Schatten fällt. Also wenn das Licht von der Seite kommt, ihr seht das an einem weißen Pfeiler, dann ist das Licht nach links fallend, sozusagen. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man dann weiter fährt. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Marker. Und damit wir nicht mit dem Kugelschreiber sehr, sehr dunkel skizzieren können, gehen wir das Ganze mit dem Marker nochmal an. Das hat auf diesem Papier einen schönen Vorteil, weil es einfach erst ganz dunkel wirkt. Ihr seht es einfach, es mischt sich ein bisschen mit dem Kugelschreiber und sackt wunderschön ins Papier ein und erzeugt einen sehr schönen Verlauf. Man kann natürlich verschiedene Farbtöne wählen. Also wir wählen jetzt einfach mal diesen hier und machen das Ganze hier am Rand mit einem dunkleren Ton auch nochmal. Umso richtig schönen, bissigen, wenn man das so formulieren darf, Kontrast zu erzeugen. Vielleicht an der Stelle auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer, die auch jetzt ihre Puffung geschafft haben. Unser ehemaligen Kursteilnehmer, die sie jetzt beworben haben. Wir wollen bundesweit oder auch europa-weltweit sozusagen jetzt Architektur studieren, also ob es jetzt England, USA oder die zahlreichen deutschen Hochschulen. Wir wünschen euch alle viel Erfolg und hoffen, dass wir über euch immer wieder mal berichten können und noch viel, viel, viel von euch hören. Ansonsten, wie gesagt, wir sind ganz, ganz stolz auf, dass ihr alle mit Bestnoten eure Mappe geschafft habt und hoffen, dass ihr uns noch weiterhin natürlich auch als Videofans erhalten bleibt. Also für alle natürlich bedeutet die, die jetzt sich fragen, okay, was heißt das? Also ihr könnt bei uns natürlich die Kurse vor Ort buchen und all das, was wir euch eben mal so schnell in Videos zeigen, lernen und das Gelernte entweder für eine Bewerbungsmappe, für ein Architekturstudium oder wenn ihr sagt, ich arbeite schon im Architekturbüro und ich möchte solche Sachen mal noch dazulernen, wie ich ganz schnell meine Ideen visualisieren kann, schaut auf unserer Website akademie.ruhe.de. Da bieten wir Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten zu verschiedenen Workshops und ja, vielleicht sieht man sich mal den Kurs und wir freuen uns, wenn es dann mal klappt und dann können wir euch viel, viel mehr zeigen und beibringen, als das, was wir hier machen. Wir machen, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, das Repertoire ist riesig und ja, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir uns mal persönlich auch kennenlernen. Zurück nochmal zum Video, was wir jetzt noch machen können, um ein bisschen mal Farbe reinzubringen, damit es nicht so ganz schwarz und weiß ist, dass wir ein bisschen so eine leicht künstlerische Note hier reinpacken und die Figuren einfach mal in Rot skizzieren. Ihr merkt, das hat natürlich jetzt einen schönen Effekt, weil dadurch das Ganze noch so ein bisschen interessanter wirkt und das wäre die Zeichnung, die dann fertig ist. So sieht es aus. Ja, wenn es fertig ist und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt und euch erfolgreich bewerben möchtet, also bis jetzt haben wir eigentlich eine hundertprozentige Erfolgsquote bei unseren Teilnehmern gehabt, das sollten wir bei euch natürlich auch hinbekommen. Wir freuen uns, schreibt uns oder ruft uns an. Ansonsten viel Spaß weiterhin bei den Videos und vielen lieben Dank fürs Zuschauen, euer Academy Routine. Vielen Dank. Vielen Dank.